willkommen mein name ist elise und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of xia in der letzten folge haben uns durch den wald gekloppt und in dieser folge werden wahrscheinlich genau das gleiche machen das ist in der letzten folge passiert und das ist das was in dieser folge passieren wird ja und sagt aber hat er hat geht zu zurück eigenkraut und nicht blut schwarzpeter soll ich mach dich platt und zack und noch mal oder auch nicht manchmal wird die anzeige wird nicht die anzeige wird nicht verringert wenn ich diese andere einsetzungen jetzt sogar höchst dann versteht die beiden haben einen level up gut wunderbar muss ich überhaupt hier langen jetzt da kam ich da kann ich ja da muss ich da hochklettern okay aber erstmal level up jude und mila schon zwei level ups in diesem wald so wasserschwung kein leben trainierte reflexe ermöglichen einen schnellen ausfallschritt zur seite verfolgt von einem lebenden beinwischer gegen schlag noch stärken denn es kommt aus abschöpfung halte ein tp putzen pro neuen treffer gegen alle physischen krankheiten erholung zu einem krieg seit hat die stadt zu einer genauer spiel musik ja ich habe jetzt diese brauche ich im moment noch nicht erst mal gehen wir hier auf gut kp die weißen auf stärke so jetzt wieder 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 bekommen jetzt mal jetzt kommt erst mal tp und intelligen 2 haben wir und dann noch ich weiß nicht immunität luftspannung halte ein az pro sieben treffer in der luft für meine taumeln bei geisterverschiebungen zurück in einer normalen geister art was soll das denn bedeuten verstehe ich nicht deswegen mache ich das nicht so dann würde ich sagen wir nehmen nach der weg so oder so irgendwann kommen da haben wir dann da oben ich möchte wissen was wir darum finden weil das ist verdammt hoch und da ist wieder so eine kack pflanze nicht mit mir darum ist was da kommt es zwar unmöglich dran aber typo wahrscheinlich so gut so habe ich gesagt apfelgummi gut und hartmantel schatzbinder kein ding mir fällt übrigens auch ich habe jetzt noch keine einzige trophäe bekommen ich meine ich spielte schon wie lange acht stunden ich habe bis jetzt noch keine einzige trophäe bekommen und hier geht es nicht weiter was wo muss ich denn dann lang ja so viel zu hoch für die gebrechliche lese wo muss ich denn jetzt hin so wie gesagt acht stunden bin ich schon drin und ich habe noch kein einziges trophäe normalerweise bekommt man jemals der trophäe wenn man hier keine ahnung bei tels of grace das war so nach dem ersten kapitel bekam eine trophäe und so weiter und so fort aber hier ist jetzt auch gar nichts sondern es war wahrscheinlich dahinten wo runter oder ist noch was oder ach ich muss hier hoch sagt ich meine sagt diese flucht natürlich nicht okay diese flüssigkeiten die eben immer viel bei den shops nein wir haben dicke schaden kommen so genug spart damit den mitten in diesen dingern hier die charaktere zweck wird wenn ich auch bestimmt nicht hinkriegen ich sollte die angriffe öfter einsetzen weil das macht die kämpfe verdammt einfacher ich habe schon 30 knochen was ich möchte aus diesem halt gegner sind voll stark fixer mal voll damit haben die hatten wir noch lange nicht mehr gesehen auch nehmen wir noch volle tp wegen tp wieder erstens aber das wäre aber dann eben noch mal da gleich hat die lise wieder ein level up schön was hat denn bist du denn bakura er will 20 8.000 8 der kommt man etwas dauer an glaube ich aber geht es noch und das wie ich da mache ich glaube ja hält mir mal einer also ich greife auch noch so an damit so im dinge angreifende doppel sagt er dazu kommt ich heil euch voll heilauf wenn sie wird hat sich kommt hat junke was hat für ein ding man macht schaden wie nach dem weg achten kacke geließe weg diese kommer und mila du heizt mal geließe geht weg was macht ihr denn da warum geht es so nah dran warum macht das nicht so viel schaden mich verarschen so warum ist das nicht so stark kann mir keiner sagen dann war ich bevor du mal hier so viele einsetzte leser den weg was mache ich denn jetzt wieder wieder zu leben die ganze zeit bringt es nicht ich glaube bloß nicht dass ich das kind die ganze zeit machen kann diese bleib ruhig weg keine sorge wird schon nicht schlecht über dich denken wenn du ein bisschen auf distanz gehst das gibt es doch einfach nicht aber mache ich denn jetzt das gibt es nicht man muss natürlich so stark da ok dann mache ich denn jetzt nein die lese wer lohnt sich nicht zu töten man kacke mann ganzen gegenstände warum ist das wie ich denn so stark danke ich habe gleich erledigt so wieder vor jetzt da voll rein schatz ja wussten hat noch mal mit ja du kannst ruhig vom weiten angreifen möchte jetzt was soll ich denn machen wieder macht es nicht richtig oder auch nicht hau ab nila das weiter magie was mache ich denn jetzt naja ob ich diesen kampf noch gewinne oder nicht das sehen wir im nächsten part ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss